die pflanze gefällt mir so langsam ja aber nicht anlegen wir werden freunde neue pflanzen die über gibt sich natürlich nicht die plan spielte komisch hat es schmeckt komisch und du riechst dran das musste mit der zunge machen aber sie haben richtung ist wirklich ein bisschen komisch hat da schon jemand reingekotzt oder was da war aber doch ein bisschen konzentrat an die platz glaube ich habe ich wie heißt die pflanze wunderbar ist die pflanze gesagt ja deine name die haben ein name gesagt oder nicht oder nicht freut mich sehr habe ich sie an kotzen die 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 wie die 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 Ja, Mr. Schiller, Mr. Roberts, Mr. Walker. Ja, von mir aus. Roberts. Tischgebühr bleibt immer noch bei 5 Dollar. Nee, nee, gibt's hier nicht. Mr. Walker. Ja, ich hab ja keine Ahnung, weil... Ja, richtig. Ach, ein Drama wieder hier. Ich muss pokern, oder nein? Ein Satz 50 Dollar, ne? Ich hab kein Geld. Soll ich Ihnen was geben? Sie armer Marschall? Ach, jetzt haben Sie auf einmal Geld. Ich hab immer Geld. Entschuldigung. Sie haben mir eben nur keine Rechnung ausgestellt, wegen meiner Beleidigung, die ich Ihnen gegeben hab. Ja, warte, ja, ja. Es leck mich am Arsch. Ficken Sie sich. Wie bitte? Ja, oh, jetzt komm zurück und mach mir endlich ein Ticket, ey. Ei, ei, ei. Oha, jetzt aber. Ach so, ich brauch' Geld. Was ist hier mit dem Star-U-Botrauber? Der wohl auch mal spielen, oder nicht? Ja, der wollte Geld holen gehen. Ich weiß nicht, wo er das holen geht. So. Da ist er doch. Ja, ja, ich bin da. Das wird gut, er wird seine Gartin doppelt sehen. Das wird interessant. Hey. 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 Ja, wie es mir auch gerade abtiaß auch, das ist ein bisschen. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, mein Gott. Einmal mit Profis. Mr. Roberts, auch wenn Sie Marshalls sind, an diesem Tisch gereden. Ach ja, ein Moment. Was war denn das gerade? Ich glaube, ich habe da draußen was gehört. Hat er da Rattieren geschissen oder was? Naja, das war ich. Ach so. Ja, ist ja der gleiche. Ja, wunderbar. Wir können endlich anfangen. Mr. Blanc, geben Sie mal bitte auf der anderen Seite. Ja, können Sie bitte nicht so hinter mir stehen. Das macht mich ziemlich nervös. Ich will doch nur in die Gartin schauen. Mr. Roberts, haben Sie eine Straße? Ich weiß nicht, dass Sie noch nicht machen. Ja. Verdammt, ich habe vergessen, Eugene Bescheid zu sagen, dass er mal ein bisschen Musik machen soll. Egal. Ist einfach sitzen bleiben jetzt. Mr. Blau können Sie sich ja ans Klavier setzen. Ich kann gar nicht spielen. Also Sie können sich ein bisschen Banjo, Sie können sich doch mal das Banjo schnappen, ein bisschen Banjo spielen vielleicht. Ja, irgendwie kann ich das alles nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin unbegabt. Na ja, wenn Sie sich richtig hinsetzen können, Zigarre rauchen können, dann können Sie sich auch Banjo schnappen. Und stehen Sie mal endlich nicht hinter mir. Oh, pardon, sind wir ja sehr empfindlich, mon dieu. Oh, jetzt habe ich eine Straße. Nur eine. Was war denn? Was war denn eine Straße? Gucken Sie mal ins Fenster, dann wissen Sie es. Na, warum dann? Ja, weil der Kopf auf den Stein knallt und danach braucht man ein Pflaster. Okay. So, jetzt müssen wir jetzt mal weitergehen. Na jetzt, aber was ist denn jetzt eine Straße? Ich kann noch nicht so togern. Das sind alle, wenn Sie alle sieben in der Land haben, dann haben Sie eine Straße. Jetzt setzen Sie mal irgendwas. Oder machen. Check oder so. Fünfkarten der Wertigkeit auf- oder absteigend. Das ist eine Straße. Ah. Klappt aber auch in die Tasten, Alter. Ihr habt gesagt, Sie kann nicht spielen. Ja, deswegen gesagt, ich habe Banjo. Banjo kann ich auch nicht spielen. Das kann jeder spielen. Mr. Shepard, jetzt sind wir los. Entspannen Sie sich, Mr. Sam. Wir haben noch Zeit. Das ist vielleicht ja auch. Mit Ihren knackigen 20 Jahren. Danke. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so jung aussehe. Und dann haben wir irgendwann die Melodie, das ist jetzt nur Bäm, 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 Bäm. Alter, ich will das auch mit Klavier, ey. Also ich bin schon besser geworden. Bäm, 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 Bäm. Das ist das einzige Stück, was ich spielen kann, verdammte Scheiße. Musik Ich gebe mir Mühe, mon Dieu Ihr wolltet, dass ich spiele, jetzt habt ihr die Salat